Auch das zweite Modell dieser Kategorie ist eine Neuheit. Der Mähroboter iMove 5 Evo von Stihl. Der iMove ist nicht nur ein Mähroboter, sondern auch ein Mulcher. Er zerkleinert das Gras so fein, dass es direkt wieder als Dünger für den Rasen verwendet werden kann. Er kann Steigungen von bis zu 45% bewältigen. Optional kannst du ein Upgrade-Kit dazu kaufen, das es ihm ermöglicht, in Steigungen bis zu 60% zu arbeiten. Er ist mit Ultraschall-Sensoren ausgestattet, wodurch er Hindernisse schonend anfahren und bei Kontakt selbstständig die Richtung ändern kann. Seine intelligente Steuerung ermöglicht es ihm, auch in Engstellen zu mähen und die Geschwindigkeit auf unebenem Gelände anzupassen. Über die My iMove App kannst du ihn jederzeit über Bluetooth, WLAN oder Mobilfunk steuern. Mit der App kannst du auch die Schnitthöhe individuell in verschiedenen Stufen einstellen und einen Mähplan für wöchentliche Pläne definieren. Insgesamt bringt der Stil mit diesem Mähroboter ein sehr modernes und starkes Modell auf den Markt, das sich nicht vor den großen Playern verstecken muss. Hier siehst du die Vergleichstabelle der Mährobotern bis 1500 Quadratmeter Rasenfläche. Pausiere auch hier gerne bei Bedarf das Video. Pausiere auch hier gerne bei Bedarf das Video.